Diese hier angebotene 1,5 Zimmer Wohnung ist ab August 2013 zur Zwischenniete frei. Die Wohnung befindet sich im Kreis Mettmann. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Die Wohnfläche der nublierten Wohnung liegt bei ca. 42 Quadratmetern. Die monatliche Pauschalmiete beträgt 520 Euro. Kontaktieren Sie uns für nähere Informationen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017